Kennt ihr schon unsere Campingplatz-App? Hier findet ihr alle Informationen, die ihr für euren Aufenthalt benötigt. Unter Wissenswertes von A bis Z haben wir euch viele Informationen für euren Aufenthalt zusammengefasst. Ihr könnt hier direkt eure Brötchen bestellen. Wählt einfach die Brötchen aus, die ihr haben möchtet. Nehmt das gewünschte Datum. Tragt euren Namen und euren Stellplatz ein. Und schon liegen die Brötchen morgens für euch zur Abholung bereit. Ihr findet hier auch das Angebot an Speisen und Getränken auf unserem Campingplatz. Könnt die Sauna reservieren, euch Fahrräder ausleihen oder persönliche Ausflugstipps von uns einsehen. Wir haben euch einige zusammengefasst, aber unter dem Button unten rechts findet noch viele weitere. Unter dem Punkt Umgebung könnt ihr euch ansehen, welche Restaurants wir in der näheren Umgebung haben. Könnt euch ansehen, wo ihr einkaufen gehen könnt. Und könnt euch auch direkt dorthin navigieren lassen. Ebenso findet ihr hier verschiedene Wander- und Radwege. Ihr könnt euch auch direkt über den Punkt Nachrichten an uns wenden. Probiert es doch einfach einmal aus. So weiter geht's. So weiter geht's.